die alles kämpft von unfällen sorgt 4 streifen überlegen oder habt ihr angst ich habe vor tausenden männern gestanden jeder davon euch überlegen und sie alle sind gestorben durch meine ich habe keine weißt es was soll sich sieht nur über welche macht ich verfüge nein 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 das ist unfair es ist schon wieder so eine 1 gegen 1 sache das ist klar ist ganz klar Wunderbar hat sich zu vervielfältig als hätte er sonst auch keine Hottenschein nein abwacht schweißer es wird geschützt wird egal das ist mir weh das ist ein richtiger Treffen oder das ist vor dass du die Nieder schlägst statt die zu killen Auer Auer wieso wärst du das nicht ab wieso schlägst du nur so scheiße zu das ist gerade ein Gegner mit die sich mit der keine Ahnung viel klonen könntest du endlich mal zu stechen soll nicht einfach mal abend könntest du endlich mal wenigstens eintöten ja einer ist tot wow schweiß ja schweiß 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 lol hier volles leben ahhh 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 Nanntet Roberts' Ziele schändlich, während ihr dieselben verfolgtet. Ich konnte nie besonders gut teilen. Ihr könnt nicht obsiegen. Andere werden die Kraft haben, euch zu widerstehen. Und solange Menschen einen freien Willen haben, kann es keinen Frieden geben. Den Letzten, der so sprach, habe ich getötet. Kühne Worte, Junge. Aber nur Worte. Dann lasst mich gehen. Ich lasse Taten folgen. Sagt mir, Meister, was macht mich anders als die anderen? Warum durfte ich meinen Verstand behalten? Wer ihr seid und was ihr tut, ist zu stark verflochten. Euch das einen zu berauben, hieß sie mir das andere nie. Und diese Templer mussten sterben. Aber die Wahrheit ist, ich versuchte es. In meiner Kammer, als ich euch den Schatz zeigte. Aber ihr seid nicht wie die anderen. Ihr habt die Illusion durchschaut. Illusion? Mehr ist es nie gewesen. Dieser Templer-Schatz. Dieser Edensplitter. Dieses Wort Gottes. Versteht ihr nun? Das Rote Meer wurde nie geteilt. Wasser nie in Wein verwandelt. Nicht die Machenschaften Iris lösten den Trojanischen Krieg aus, sondern das Illusionen allesamt. Was ihr plant, ist nicht weniger eine Illusion. Menschen gegen ihren Willen zu zwingen, euch zu folgen. Ist es denn weniger real, als die Phantome, denen die Sarazenen und Kreuzfahrer folgen? Diese feigen Götter, die die Welt im Stich lassen, während die Menschen sich in ihrem Namen gegenseitig dahinmetzeln. Sie leben bereits in einer Illusion. Es ist einfach, ihnen eine andere zu geben. Eine, die weniger Blut fordert. Wenigstens folgen sie diesen freiwillig. Tun sie das? Abgesehen von einigen Bekehrten und Ungläubigen? Das ist Unrecht. Ah. Nun hat euch die Logik verlassen. Stattdessen gebt ihr euch Gefühlen hin. Ich bin enttäuscht. Was wird nun also geschehen? Ihr werdet mir nicht folgen, und ich kann euch nicht zwingen. Und ihr weigert euch, die teuflischen Pläne aufzugeben. Dann scheint es, als stecken wir in einem Engpass. Nein. Wir sind am Ende. Ah. Ich werde euch vermissen, alter ihr. Ihr wart mein bester Schüler. Ihr wart die ganze Zeit. Und werdet es immer sein. Wo bin ich denn? Wo bist du? Was ist er denn? Wo ist er? Da ist er. Meine Klinge sieht für mich ein Mord. Sie durchschneidet die Dunkelheit. Leute. Das ist unfair. Wo ist er? Verdammt. Hätte er funktionieren können. Stirb, alter Mann. Stirb, verdammt. Fuck. Und hau nicht wieder ab. Hau nicht wieder. Du, Spaß. Ja, zieh mir wieder alles nebenab und hau ab. Ey, ist nicht mehr. Ah, wo bist du? Darf ich denn wieder suchen hier? Ich sei dein Ernst, ey. Wo bist du, alter Mann? Komm her. Wo bist du, alter Scheißer? Komm her. Komm. Jetzt versteckt. Du meinst, ey. Du meinst, ey. Verflucht, alter, ey. Mal hin, er nimmt mir schon mal nicht mehr sein Leben. Mein Leben. Wo ist er denn? Der ist noch nicht weg. Wo ist er hin? Er kann mich ja schon nicht mehr so weit manipulieren, aber wo ist er? Wo ist er hin? Leute, sag mir, wohin ist. Da, jetzt hab ich dich. Ach, scheiße, wieder fette Tasse, Leute. Neeein. Aber. Alten. Kannst du mal endlich sterben? Dreck, sagst du? Ja. Jetzt aber. Wuhu. Unmöglich. Der Schüler kann den Meister nicht besiegen. Nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. So scheint es. Ihr habt gesiegt. Geht und nehmt euren Preis entgegen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt, alter Mann. Es hätte zerstört werden sollen. Das einzige Zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Dann tue ich es. Das wird sich zeigen. So. Und ich richtete mein Herz darauf, zu erkennen, weiße Torheit und Naratei. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Was passiert denn jetzt? Es fängt an zu blühen. Oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Zerstört es. Zerstört es, wie ihr gesagt habt. Nicht. Ich kann es nicht. Da, ihr könnt alter hier. Affirmiertet nicht. Scheiße, was geht denn hier ab, alter? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr.